Servus Leute und herzlich willkommen zurück hier bei RetroFuture, bei dem Kanal, wo es um Elektromobilität und erneuerbare Energien geht. Heute geht es wieder um eine PV-Anlage und es geht darum, wie viel die PV-Anlage denn im April an Strom produziert hat und für was ich den Strom denn dann so rausgehauen habe. Für die, die meinen Kanal verfolgen, die wissen, ich hatte ein Problem beim LG-Wechselrichter, den hat es Ende Februar verrissen. Gott sei Dank habe ich mittlerweile einen neuen bekommen von LG. In den nächsten Tagen kommt dazu ein Video, wie der Umtauschprozess bei LG so war, ob die gezickt haben, wie lange das gedauert hat und wie ihr euch da am besten anstellt. Das seht ihr dann in dem Video, das kommt in ein paar Tagen dazu. Mittlerweile ist schon der 3. Mai, ich kam leider nicht dazu, aber jetzt würde ich sagen, jetzt packen wir die Zahlen mal rein und dann gucken wir uns die Kennzahlen mal an. Dann vergleichen wir das Ganze auch mal mit dem April der letzten Jahre und dann wird man sehen, war es ein guter April, war es ein schlechter April. Und ihr könnt ja mal unten in die Kommentare reinpacken, wie bei euch denn der April 2024 war, war es eher ein guter oder war es eher ein schlechter, wenn man die PV-Alträge anschaut. So, dann würde ich sagen, dann tragen wir das einfach mal hier ein. Und dann gucken wir uns das mal in Ruhe an. Wichtig ist, bevor wir jetzt hier weitermachen, müssen wir natürlich oben noch einen Strompreis eintragen. Und zwar, ich habe mittlerweile das Excel-Sheet 3.0 und da habe ich jetzt die Möglichkeit, pro Monat die Strompreise einzutragen, weil ich bin jetzt eine Weile bei Tipper und deswegen habe ich das Excel-Sheet umbauen müssen. Das Excel-Sheet könnt ihr euch natürlich runterladen und für euch selber benutzen, natürlich komplett kostenlos. Und wie das Ganze funktioniert und was ihr einstellen müsst im Excel-Sheet, zeige ich euch hier in dem Video. Also wenn ihr das Excel haben wollt, klickt ihr hier auf das Video. Drunter ist der Download-Link zum Excel-Sheet und eben auch eine Erklärung, was für Werte ihr denn so eintragen müsst. So, damit wir jetzt mal einen Wert haben, ich kenne meinen Preis für April ja noch nicht, der kommt erst irgendwann Mitte Mai, trage ich jetzt mal den Strompreis vor März ein, weil mit irgendwas müssen wir ja kalkulieren. Ich würde sagen, wir fangen mit der Erzeugung an. Wir haben diesen Monat insgesamt 1032 Kilowattstunden erzeugt. Wir haben 518 davon direkt verbraucht. Wir haben 362 in den Akku geladen und wir haben 152 eingespeist. Bei der Aufladung in den Akku, ich springe mal kurz in die letzten Jahre, da könnt ihr sehen, da war so das Höchste, was ich bisher hatte, mal 286 hier in den Monaten Mai und Juli. Ah, hier sogar 291 und jetzt im April, wo natürlich noch nicht jeder Tag dafür geeignet war, meinen Speicher komplett vollzuladen, habe ich schon 362 geschafft. Und das liegt eben daran, dass ich zu meinem 9,8 Kilowattstunden Akku nochmal einen 7 Kilowattstunden Akku dazubekommen habe. Und da wird man jetzt die nächsten Monate auch sehen, dass das Aufladen und das Entladen logischerweise ansteigen wird. Und vor allem werden wir auch sehen, dass unsere Autarkie damit hoffentlich ansteigt, weil dadurch können wir viel mehr von dem abdecken, was wir brauchen. Weil wir verbrauchen noch nachts viel Strom und der 9,8 Kilowattstunden Akku hat uns oft nicht über die Nacht gereicht, gerade in diesen Randmonaten, wo die Nächte noch ein bisschen länger sind. Und das ist genial, weil mit dem Akku, den wir jetzt haben, also 16,8 Kilowattstunden, kommen wir mittlerweile über die Nacht und das eben sogar an diesen längeren Nächten. Natürlich nur, wenn der Akku tagsüber komplett vollgeladen werden konnte. Aber das hat sehr oft sehr gut funktioniert über die letzten Tage, weil wir doch viel Sonne hatten. Und deswegen kann man sehen, 362 Kilowattstunden in den Akku reingeknallt. Und das ist natürlich schon heftig, wenn man da mal anschaut. Das ist im Endeffekt, kann man sagen, ein Drittel von dem, was wir erzeugt haben, wäre sonst einfach ins Netz abgeflossen. Trotzdem ging noch 152 weg, aber die 362 wären auch weggeflossen. Und das würde bedeuten, wir hätten nur die Hälfte von dem selber nutzen können, was wir produziert haben. Und so ist halt dann doch einiges mehr. Und wir konnten viel mehr von unserem Verbrauch durch die PV-Anlage abdecken. Ich weiß, Speicher und Rentabilität ist ein schwieriges Thema. Und ich glaube auch nicht, dass ich das, was der Speicher mal gekostet hat, wirklich wieder reinhole. An den zweiten Speicher bin ich da relativ günstig herangekommen. Nichtsdestotrotz kann man sehen, der Speicher hat doch einiges gekostet. Und das wieder reinzuholen, wird glaube ich relativ schwierig. Nichtsdestotrotz war es mir eben wichtig, ich wollte so autark wie möglich sein. Und jetzt mit dem großen Speicher funktioniert das auch wirklich gut. Wenn wir dann den Verbrauch anschauen, können wir sehen, wir haben 518 Kilowattstunden direkt verbraucht. Das ist aus dem Dach kam, direkt hier aus der Leitung gezogen. Dann haben wir entladen 316 Kilowattstunden und wir haben zugekauft 140 Kilowattstunden. Wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, da haben wir im April noch zugekauft 162, 262 und hier, da gab es auch schon im April, 125. Also sprich 140 Kilowattstunden mussten wir zukaufen und das bedeutet dann insgesamt haben wir 974 Kilowattstunden hier bei uns verbraucht. Und jetzt gucken wir uns mal die Kennzahlen an und zwar die Autarkie lag diesen Monat bei 85,6%. Ihr dürft nicht vergessen, ich habe ein Einfamilienhaus, wir verbrauchen doch wirklich viel Strom, wir haben eben auch ein Elektroauto, deswegen ist auch der Stromverbrauch etwas höher. Und wenn man dann überlegt, dass ich mit meiner 9,6 kbp Anlage 85% von dem abdecke, was ich an Strom verbrauche und das im April, denke ich, ist das ganz gut. Wenn wir uns die letzten Jahre mal anschauen, da hatten wir hier 80, da hatten wir 76 und 83. Also ich denke, das ist ganz in Ordnung so. Eigenverbrauch haben wir 80,8%, also sprich knapp 20% haben wir ins Netz entlassen und Erträge wären das dann 237,70 Euro berechnet auf dem aktuellen Strompreis. Wenn natürlich jetzt der Strompreis bei TIPA für den April etwas höher war, also mein durchschnittlicher Strompreis, weil es geht immer darum, habe ich den Strom zu günstigen Zeiten abgegriffen zum Beispiel, dann ist natürlich der Strompreis günstiger, musste ich ihn dann zukaufen, wo er teuer war, wird natürlich der ganze Spaß hier teurer. Wenn wir dann das Mai-Video drehen, dann tragen wir hier für April noch den richtigen Strompreis ein, dann können wir nachher das komplette Endresultat hier unten sehen. Das war wie gesagt mein Strompreis von TIPA für den März. Das bedeutet, wenn wir auf die rechte Seite schauen, wir haben eine Autarkie, dieses Jahr bisher von 63,85%, Eigenverbrauchsquote von 82%, die ist wirklich gut, die würde natürlich noch mehr steigen durch den großen Speicher. Wenn wir uns dann unten die Kennzahlen anschauen, können wir sehen, wir haben 107 Kilowattstunden pro Kilowattpeak runtergeholt und das im April, das ist wirklich stark. Da hatten wir hier früher 95, 115, 22 war gut und hier hatten wir 112, also gar nicht schlecht. Dann hatten wir 12,07 Kilowattstunden in den Speicher reingepackt pro Tag, also da kann man schon hier den Anstieg sehen und das wird natürlich jetzt noch besser in den Monaten, wo wir den Speicher fast jeden Tag voll bekommen werden, weil es gab natürlich ein paar Tage, da kam nichts vom Dach oder fast nichts und dann geht natürlich auch nichts in den Speicher rein und das zieht dann hier den Schnitt schon runter. Also wenn wir hier mal so eine 15 oder eine 16 erreichen würden, das wäre schon richtig gut. Eingespeist haben wir 14,73% und Speicherverlust haben wir jetzt von 12,71% und das ist eigentlich ganz okay. Wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, hier haben wir schon 20% knapp, hier haben wir dann die 13,58% und hier waren es 10%. Ich habe ja die Vermutung, sagen wir mal so, ich habe eher die Hoffnung, dass dieser hohe Speicherverlust, den ich ja gerade hier auch letztes Jahr hatte, wenn ihr hier mal schaut mit 20%, 19%, 24%, 32% hier, dass der doch durchaus von meinem vielleicht schon langsam sterbenden Wechselrichter kam, denn kurz bevor er die Grätsche gemacht hat, hat er einen Fehler mit dem BMS, also mit dem Batteriemanagementsystem angezeigt und danach hat es ihn ja dann komplett verrissen und dann musste man ihn ja ersetzen und ich habe ja die Hoffnung, dass es vielleicht wirklich an dem Wechselrichter lag, dass dieser Speicherverlust zu hoch war, weil er vielleicht irgendein Problem hatte mit der Batterie beziehungsweise mit Batteriemanagement und dass deswegen vielleicht das Ganze nicht mehr ganz so effektiv stattgefunden hat. Wir werden jetzt sehen, wie die nächsten Monate laufen und dann können wir genaueres sagen. Gucken wir dann auf die weiteren Jahre für die Amortisation, da haben wir jetzt natürlich eine Horrorzahl von 24,94%, aber das bezieht sich ja immer auf das Jahr hier, also sprich, wenn wir weiterhin so viele Erträge hätten wie hier, wie viele weitere Jahre bräuchte die PV-Anlage dann noch, um sich zu amortisieren? Bisher haben wir in diesem Jahr 650 Euro Erträge, das ist jetzt ein Drittel vom Jahr, wenn wir das einmal hochrechnen, wären das 1950, jetzt einfach mal Just of Fun, tragen wir hier mal 1950 ein und dann können wir sehen, wir hätten noch 7,7 weitere Jahre, die wir noch bräuchten, bis sich die PV-Anlage amortisiert hat. 7,7 Jahre plus eben die 4 und wären bei 11 bis 12 Jahren, das ist in Ordnung, vor allem wenn man überlegt, was ich für den Speicher ausgegeben habe, man sieht es hier auf der ersten Seite. Insgesamt hat die PV-Anlage 25.000 Euro gekostet und der Speicher, eben der 9,8 Kilowattstunden Speicher, der war damals mit dabei, der hat glaube ich 6.800 Euro gekostet und da habe ich nochmal für 3.000 Euro den 7 Kilowattstunden Speicher gekauft. Die 25.000 Euro sind also alles Speicher inklusive PV-Anlage und dafür ist auch eine Ambulisationszeit von 11 bis 12 Jahren absolut in Ordnung, finde ich zumindest. Wenn wir dann noch weiter runter scrollen, dann können wir dann hier die Kuchen-Charts wieder sehen. Ich denke, wir sind auf einem ganz guten Weg. Wir haben 53% von dem, was wir erzeugt haben, direkt verbraucht. Wir haben 34% aufgeladen und nur dieses kleine Kuchenstück hier ging ins Netz. Beim Verbrauch sieht es so aus, den Verbrauch konnte man direkt mit 41% Direktverbrauch. 23% hat der Akku abgefangen, das wird aber noch mehr, weil ich jetzt eben den größeren Speicher habe, seit einem Monat circa und wir mussten 36% zukaufen. Bei den Verbräuchen können wir sehen, wir haben Fernseh, Wohnzimmer und so wieder 33 Kilowattstunden verbraucht, die Kühlschränke im Keller 21, die halten sich also noch auf einem niedrigen Niveau. Sobald so wieder wärmer wird, geht es wieder hoch. Ganz interessant zu sehen, wie viel das ausmacht. Die Computer und Wohnzimmer 52, Büroofen 89 Kilowattstunden, den habe ich im April sehr stark benutzt. Und jedes Mal, wenn ich genug Strom habe, dann benutze ich lieber den Ofen, anstatt hier meine normale Heizung zu benutzen. Büro 57 Kilowattstunden, Waschküche 72 und der Tesla hat 273 Kilowattstunden verschlungen. Und das bedeutet, es bleibt ein Rest für Kochen und Co. von 377 Kilowattstunden und insgesamt waren es dann eben die 974 Kilowattstunden. Wenn wir jetzt aufs Gesamtsheet springen, können wir sehen, wir sind glaube ich ganz gut on track. Super 7 ist immer ein Kuchenscharts. Man kann sehen, eben bei der Erzeugung haben wir über die ganze Laufzeit hinweg 42% direkt verbraucht. Ist natürlich mehr und mehr gestiegen, weil wir die Elektroautos bekommen haben, bzw. die Plug-in-Hybriden in Tesla. Aufgeladen haben wir auf 24% und eingespeist 34%. Beim Verbrauch war es so, wir haben 44% in den letzten Jahren direkt durch die PV-Anlage abdecken können, 21% haben wir durch den Speicher abgedeckt und 35% mussten wir zukaufen. Und man kann jetzt hier, finde ich, ganz gut sehen in der Übersicht, wie hat sich denn die Autarkie entwickelt und wie hat sich der Eigenverbrauch entwickelt. Beim Eigenverbrauch können wir sehen, da geht es richtig steil nach oben, weil wir eben jetzt auch gerade jetzt 2024 auch den Speicher natürlich haben, weil wir mit den Smartfox-Ladestationen, die ich draußen habe, PV-Überschuss laden können. Das bedeutet, der Tesla steht draußen und sobald dann der Speicher hier im Haus voll ist, das Haus eigentlich nichts mehr verbraucht und es ist noch Strom da, dann wird der in den Tesla geladen anstatt ins Netz und das drückt natürlich dann auch den Eigenverbrauch hoch. Bei der Autarkie, da treten wir uns ein bisschen auf der Stelle. Hier habe ich jetzt die Hoffnung, dass wir durch den Speicher auf jeden Fall die Autarkie höher kriegen. Das bedeutet, mein Ziel wäre für dieses Jahr vielleicht schon eine Autarkie von 70 bis 75%. Ob wir das mit dem Akku schaffen, werden wir sehen, ich habe auf jeden Fall die Hoffnung. Wenn wir dann auf die rechte Seite schauen, können wir sehen, insgesamt hat die PV-Anlage uns bisher 8.679 Euro eingespart. Wenn wir nach rechts gehen, können wir sehen, wir haben noch eine offene Investitionssumme von 16.320 Euro. Wie gesagt, 25.000 Euro war ja insgesamt die PV-Anlage mit allen Speichern jetzt drin. Und das würde bedeuten, wir haben eine Amortisationszeit von genau 12 Jahren und ich denke, das ist für so eine doch etwas teurere Anlage ganz in Ordnung. Teuer war halt einfach auch der Speicher. So, das war mein April 2024. Packt es mal in die Kommentare rein, wie es bei euch so lief. Bei mir war es ganz in Ordnung, würde ich sagen. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, jetzt auf die nächsten Monate mit meinem größeren Speicher, dass ich mehr und mehr autark werde. Und dass ich eben auch über die Nächte komme und morgens dann auch noch 10, 20 oder 30% im Akku habe. Und so dann hoffentlich relativ wenig zukaufen muss. So, das soll es hier gewesen sein. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Mai. Genießt die Tage, genießt die Ferien, genießt die vielen Brückentage. Das ist natürlich genial. In dem Fall hören wir uns bald wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Steffen von Retro & Future. Ciao. Bis zum nächsten Mal.